Hallo, ich bin Daniela Evers. Ich kandidiere als Landtagskandidatin im Wahlkreis Freiburg-Ost. Zusammenhalt und Chancengerechtigkeit, das sind meine Themen. Nur so schaffen wir es, den Klimawandel entschlossen anzugehen, gemeinsam, sozial und gerecht. Ich freue mich sehr, dass ihr mich dabei unterstützt, dass wir zusammen mit einem starken Wahlkampf ein starkes grünes Ergebnis angehen. Der Wahlkampf dieses Jahr ist anders als alle Wahlkämpfe bisher. Wir können fast nichts draußen machen. Wir können alles nur im digitalen Raum machen. Umso wichtiger ist es, dass ihr mit dabei seid, dass ihr uns unterstützt, Nadine und mich, bei den digitalen Veranstaltungen, bei den Podien, mit euren Fragen, mit euren Anmerkungen, mit eurer Unterstützung. Ich freue mich auch über eure Werbung in eurem Umfeld. Sprecht Leute an, motiviert, dass wir ein starkes, großes Wahlergebnis, eine hohe Beteiligung bekommen. Das ist wichtig, damit wir zusammen den Klimawandel aufhalten und die Transformation in eine ökologische Zukunft schaffen. Das ist wichtig, damit wir einen guten Tag an, motiviert, dass wir uns untertiteln, mit euren Anmerkungen, mit euren Anmerkungen, mit euren Anmerkungen, mit euren Anmerkungen, mit euren Anmerkungen.